Hi, Harald hier von African Gym Travel, grüßt euch. Gleich seht ihr den Trailer unseres Films über unsere Kenia-Fotoreise 2021. Der Hauptfilm wird Ende Dezember diesen Jahres erscheinen und ich bedanke mich ganz herzlich bei Lars Kiefer für diese tolle Arbeit. Er hat das Video gedreht, er hat das Video geschnitten und danke nochmal. Falls euch dieses Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert oder uns ein Like gibt oder einen Kommentar hinterlässt. Bye, bye, bis bald. 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 Musik Wie cool war das denn bitte gerade? Wie cool war das denn? Wie cool war das denn?